da habe ich die treppen wieder weggeschmissen weil ich ja gesagt habe ich brauche keine mehr falsch gedacht aber die kann ich mir nicht so bauen das heißt ich brauche eine werkbank und die baue ich mir mal schnell ja was soll es die kann ja von mir aus hier hinten in diesen diesen toten raum hier mit rein von mir aus der eh nicht genutzt wird so steht sie gut da bauen wir schnell noch ein paar treppen vier werden nicht reichen nein die werden reichen beweiten nicht 16 16 müssten genau reichen wenn ich jetzt nicht auf dem falschen dampfer bin aber ich bin ja auf unserem dampfer ja 16 reichen genau perfetto so jetzt hat es uns ja die schere zurück das müssen wir noch weg machen ja ist runter geflogen der rest wird holz wieder alles aus holz wobei ich ja gesagt habe hier hinten könnten wir das dann auch mit wolle machen aber vielleicht lasse ich mir da noch was einfallen die decke wird auf jeden fall erst mal holz darum geht es in erster linie das lassen wir frei wobei eigentlich könnten wir hier noch eins drüber ziehen ne um nicht sogar zu sagen zwei hier haben wir uns nicht den kopf an komisch drüben ist das doch aber glaube ich anders oder wenn ich jetzt falsch glaube drüben haben wir es anders aber ich kann eigentlich gar nicht anders sein weil ja vorne der raum genauso groß ist wie der hier hinten theoretisch theoretisch das soll man gleich sehen wir laufen vor jetzt ziehen erst mal hier durch das können wir schneller machen so wie ist denn das jetzt hier komischerweise habe ich hier die treppe eins weiter vorne angefangen da hat ist ja komisch da muss ich jetzt noch mal kontrollieren gehen da habe ich die treppe eins weiter vorne angefangen tatsächlich ja ja da muss ich das hier natürlich auch so machen ne warte mal ne 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 vorne mache ich das so wie hinten nicht andersrum genau aua machen wir wieder gleich das holz mitnehmen hier wenn wir schon hin und her laufen dass das wenigstens effizientes hin und her laufen ist und nicht sinnloses hin und her laufen ja da könnte man die eigentlich auch eins weiter hinten ansetzen hier ist richtig das können wir schon mal das eine durch die locken gegangen die licht die unten so jetzt stimmt das nämlich auch wieder und jetzt können wir hier nämlich 3 machen genau so und auf der anderen seite jetzt Silve nochmal ich hoffe dass die Axt jetzt noch reicht für das bisschen Mist hier so jetzt nehm ich jetzt stimmt es vorne und hinten wieder aua so und wenn wir jetzt weiterhin so effizient bauen dann kriegen wir die Decke relativ schnell hier drunter ach ich weiß auch nicht was schneller geht eigentlich so so na gut sind eh gleich fertig schaffen wir noch in der Folge hier und all die Wolle ist gespart und das ist doch auch mal schön ich hoffe dass mein Holz jetzt wenigstens noch reicht für das bisschen Mist hier sollte eigentlich eigentlich nicht auf naja es reicht das Holz reicht auf jeden Fall noch bin ich mir zumindest ziemlich sicher gerade wäre schade wenn es jetzt nicht so wäre naja das reicht da kommen wir sogar noch mit dem 50er Block hier fast hin so viel ist es ja nicht mehr aber es reicht und fertig sind wir so jetzt braucht es ja auf jeden Fall noch Licht jetzt hatte ich gesagt hier zwischen die Fenster ich würde mal sagen hier zwei auf der anderen Seite zwei in der Mitte genau eine auf der anderen Seite eine und hier nochmal zwei müsste doch reichen ne ja denke ich auch so und jetzt gehen wir quasi eins nach oben wieder und machen dort weiter jetzt müssen wir nämlich die Brücke bauen äh und da habe ich jetzt noch nicht so wirklich eine Idee wie ich es mache da muss auf jeden Fall hier so ein bisschen überstehen ich würde es mal probieren so achso Holz haben wir jetzt eh keins mehr müssen wir gleich wiederholen aber erst mal so einen kleinen Bezugspunkt hier nämlich zwei drüber und auf der Seite auch zwei drüber und hier auch so und dann könnte man das ja dann steht das nämlich genau mit dem Schiff hier überein genau wie gesagt jetzt müssen wir ihr Holz holen das ist nämlich alle okay aber sieht das schon mal ganz geil aus kannst du sagen was du willst